Mit einem afghanischen Volkshelden machen wir uns auf die Suche nach der Zukunft Afghanistans. Wir begleiten Hamid Rahimi, einen afghanischen Boxweltmeister aus Hamburg. Kabul ist nicht Afghanistan, aber weil es eben die Hauptstadt ist, hoffen wir hier in die Zukunft des Landes blicken zu können. In die Zeit nach 2014, wenn die internationalen Truppen abgezogen sind. Unsere Reise entsteht von einem Tag auf den anderen. Nichts ist geplant. Wir drehen mit unseren iPhones und einer kleinen Kamera. Müssen viel improvisieren. Was wir hier machen, ist nicht ungefährlich. Täglich wird es Anschläge geben. Es ist immer noch Krieg in Afghanistan. Auch hier. So, nach einer langen Reise sind wir jetzt endlich in Kabul angekommen. Wir fahren, soviel ich weiß, in das Kabul Star Hotel. Können wir hier aus dem Fenster schauen. Wir fahren jetzt hier. Diese Straße hier habe ich das letzte Mal gesehen. Da gab es so einen Anschlag. Dreimal war ich als Soldat in Afghanistan. Nun suchen wir ein sicheres Hotel. Wir bekommen Probleme, auf die kann man sich nicht vorbereiten. Die Kamera einfach an der Kreuzung aufstellen, lebensgefährlich. Überall Polizei, die nach Selbstmordattentätern Ausschau hält. Und die haben immer eine Kamera in ihrer Nähe. Wir suchen einen Geldautomaten. Eine Odyssee beginnt. In Kabul ist alles anders. Auch der Verkehr. Keine Ampeln. Das Überqueren einer Straße. Symptomatisch für die Situation in diesem Land. Druck von allen Seiten. Jetzt sind wir hier. Jetzt probieren wir irgendwo Geld herzukriegen. Das ist ganz schön über die Straße zu kommen. Ich gehe jetzt mal hier durch. Das ist jetzt ein bisschen problematisch. Aber wir machen das einfach mal so, wie wir uns das vorstellen. Hier wurde gerade geheiratet. Und jetzt hier ist ein Loch. Und jetzt sind wir in einer Bank. Zu früh gefreut. Ein Supermarkt. Und jetzt probieren wir uns hier Geld zu besorgen. Tom, meinst du, das haut hin? Ich glaube, ich mache es mal jetzt. Und natürlich funktioniert das auch nicht. Ein Einkaufsmarkt für die Helfer aus Europa. Hier gibt es alles, was sich der durchschnittliche Kabuli nicht leisten kann. Raus aus dem Kabul-Star. 200 Dollar die Nacht völlig überteuert. Ein Sicherheitsgefängnis hoch 10. Man kriegt gar nichts mit. Und jetzt sind wir frei, können uns bewegen. Und alles läuft, wie wir uns vorstellen. Kleine Anekdote von heute. Wir sind am Haus vom Dostum vorbeigefahren. Die Straße dort in beiden Richtungen früher jeweils zweispurig. Und dann wurde die Straße auf einmal ganz einspurig, weil der Polizeidistriktchef diese Straße einfach verkauft hat, damit die Leute ihre Häuser bauen können. Und jetzt gibt es dort jeden Tag Stau. Dostums grünes Haus können wir nur aus der Ferne zeigen. Der Warlord lässt sein Haus sehr gut bewachen. Der nächste Morgen. Wir machen jetzt hier einen kleinen Spaziergang durch Kabul. Tamim, unser Guide, bringt uns jetzt zum Frühstücken und zur AIB-Bank, dass wir dort hoffentlich ein bisschen Geld bekommen. Ja, hier sieht das so aus. Hier sind wir jetzt unterwegs. Und es ist ein fantastisches Gefühl, sich einfach frei in Kabul zu bewegen. Ich weiß, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, aber wir fassen es immer noch nicht. Denn als deutscher Soldat durfte ich das Auto selten verlassen. Herzlich Willkommen aus einer ganz besonderen Stadt. Salam Aleikum, Kabul. Wir sind hier mitten im Herzen der Hauptstadt am Hindukusch und stehen an einem ganz besonderen Ort, nämlich hier vor dem neuen Parlamentsgebäude Afghanistans. Ab 2014 ist eine besondere Zeitzone für die Menschen am Hindukusch, wenn eine neue Zukunft beginnt, wenn die internationalen Truppen abgezogen sind und der neue Präsident Afghanistans gewählt wurde. Aber was bringt diese neue Zukunft? Was denken die Menschen? Welche Ängste haben sie? Worauf bereiten sie sich vor? Gibt es eine große Wirtschaftskrise oder fällt das Land in den Krieg zurück, in Bürgerkriegszeiten, das es schon seit 30 Jahren erleben musste? Wir führen sie durch die Landeshauptstadt Afghanistans, wollen mit Menschen reden, über Hoffnung, Träume und Ängste. Musik Zwischen 5 und 7 Millionen Menschen leben in Kabul, Analphabetenquote ca. 70%, Arbeitslosigkeit niedriger Bildungsstand. Kabul ist ein Spiegel des Hindukusch. Hier sitzt die Macht des Landes, die Politik. Untereinander zerstritten und in einer Zwickmühle zwischen Vergangenheit und Zukunft. Elf Jahre internationale Hilfe. Ab 2014 sind die meisten Truppen abgezogen. Danach wieder ein Bürgerkrieg? Wie geht es den Menschen jetzt? Witwe Ramsir Naziri lebt in den Bergen am Stadtrand Kabuls. In einem Zelt ihre beiden Kinder krank. Es ist Winter, kein Strom. Wasser muss sie sich liefern lassen. Ich flehe euch an. Besorgt mir eine richtige Unterkunft. Ich habe keine. Das, was heute noch ist, ist zerstört und zerfällt. Ich habe keine Familie mehr, zu der ich hin kann. Mein Hab und Gut liegt am Boden und im Dreck. Ich bin jetzt hier. Der Winter steht vor der Tür. Meine Kinder sind krank. Der Kleine ist erkältet. Ich kann die Kinder noch nicht einmal zum Arzt bringen. Ich habe nichts zum Heizen. Es tropft von der Decke. Das Dach ist undicht. Es ist hart. Ich habe nichts zu essen. Bitte, helft mir. Ich brauche eine andere Unterkunft. Meine Kinder sind krank. Was soll ich denn machen? Ich habe keine Hoffnung in die Zukunft Afghanistans, weil die Leute in der Regierung nicht für die Menschen arbeiten. Das sind Menschen, die mithilfe der Amerikaner und Ausländer ihre Posten bekommen haben und in die eigene Tasche wirtschaften. Nur wenn die weg sind und richtige Afghanen, Moslems und gerechte Menschen an die Macht kommen, erst dann kann man hier der Regierung vertrauen. Afghanistan kann eine gute Zukunft haben. Wir können dazu beitragen, dass der Wiederaufbau stattfindet und unserem Volk und Land geholfen wird, dass wir zu einer stolzen Nation werden. Wir sind jetzt wieder unterwegs in Kabul und zwar an den Kabul River. Dort wollen wir Hamid Rahimi treffen, der heute eine Hilfsaktion unternimmt mit den Kabuler Müllmännern und den Kabul River irgendwie zu säubern. Jetzt sind wir hier am Kabul River, wo nicht immer viel Wasser drin ist im Winter, meistens leer. Ein ausgetrockneter Fluss, aber hier ist heute eine spezielle Aktion, nämlich Hamid Rahimi ist mit den Kabuler Müllmännern unterwegs für eine Aktion, die saubere Stadt Kabul. Menschen schauen und er will eine Vorbildfunktion leisten. Hallo Hamid Can, wie ist es in Kabul? Oh, ist gut. Nur hier stinkt das ein bisschen. Wir sind jetzt hier an einem sehr ungewöhnlichen Ort, also im Kabul River, wo normalerweise Wasser drin sein sollte, seit Jahren nicht. Du machst hier eine Aktion mit den Kabuler Müllmännern. Was hat es damit auf sich? Es ist so, ich liebe diese Stadt und wenn man seine Stadt liebt, dann muss man das doch pflegen und sauber halten. Genauso wie sein Haus und sein Auto. Und daher versuche ich einfach, die Menschen darauf ein bisschen aufmerksam zu machen, auf diese Müllprobleme. Weil auf ganzem Leben, gerade in Kabul leben sehr, sehr viele Menschen und viele schmeißen einfach ihr Müll hier einfach runter. Schaut euch doch mal das einfach an. Das ist überall Müll und schmutzig. Und das kann nicht nur die Stadt alleine machen. Das müssen auch wir als Bürger darauf achten, dass wir in einer Sauberkeit leben. Sonst, wenn ihr Krankheiten und ich weiß nicht, was ausbrechen. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt. Mittlerweile 70 Prozent der Bevölkerung sind unter 18 und die sind alle hinter mir. Und die wollen, die wollen also mit mir zusammen Afghanistan aufbauen. Und ich finde gerade jetzt, was wir heute tun, gerade mit Basijan, dieses Müllprojekt, das ist ein Beginn, weil eine Stadt muss sauber sein, um weiterzugehen. Also das ist ein ganz wichtiges, wichtiger Faktor. Hamid Rahimi bringt Hoffnung ins Land. Leider werden wir ihn nicht wiedersehen. Der Spagat der Realität ist groß. Zwischen Armut und Fortschritt liegt eine große Kluft. Wir sind mit einer Präsidentschaftskandidatin verabredet. Frauen in der Politik, das ist ja immer noch eine Seltenheit. Wir treffen Simin Barakzai am Rande einer Frauenkonferenz des High Peace Councils, der Behörde, die die Taliban in die afghanische Gesellschaft zurückintegrieren will. Ein erfreuliches Bild. Doch der Vertreter des High Peace Councils erklärt den Frauen, wo sie gerade stehen sollen in der afghanischen Gesellschaft. Afghanistan ist eine islamische Republik und unsere Religion ist der Islam. Und das sollte bei allen Dingen beachtet werden. Simin Barakzai ist Parlamentsabgeordnete und ging 18 Tage in den Hungerstreik, als sie 2010 aus dem Plenum verbannt wurde. Frau Barakzai, Sie sind eine Frau, die in Afghanistan Präsidentin werden möchte. Welche Chancen rechnen Sie sich persönlich aus und wie reagieren die Menschen auf Sie? Nach der Entwicklung der letzten zehn Jahre, in denen es wichtige Veränderungen gegeben hat und Frauen wichtige Posten bekleiden, zum Beispiel in Ministerien, auf Provinz- und Distriktebene, ist das schon ein Anzeichen für eine positive Entwicklung in Afghanistan. Denn innerhalb der letzten 30 Jahre hatten Frauen kaum Chancen, aus der Gesellschaft herauszutreten oder sich überhaupt für ihre Rechte einsetzen zu können. Wie sehen Sie die Zukunft ab Gabistans? Eher positiv oder negativ? Wird es denn nach 2014 eine Chance auf Frieden geben? Ich muss auf die letzten 30 Jahre zurückgreifen. Obwohl die internationalen Truppen hier sind, gibt es immer noch Selbstmordattentate und Bombenanschläge. Dies hat dazu geführt, dass sich eine gewisse Unruhe innerhalb der Bevölkerung entwickelt hat, was den Abzug bis 2014 angeht. Wenn die Truppen gehen, dann ist das wie das Öffnen der Büchse der Pandora. Natürlich kann uns auch unsere eigene Armee schützen, doch sie ist zu schlecht ausgerüstet. Ziehen die internationalen Truppen ab, macht sich eine Art Hoffnungslosigkeit breit. Ich finde es besser, wenn die internationalen Truppen bleiben. Afghanistan hat noch kein nachhaltiges Fundament und es kann auch nicht wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen. Nachts schon minus 10 Grad. Wir leben und wohnen wie die meisten Afghanen in Kabul. Dauerstromausfälle mehrere Tage hintereinander. Warmduschen unmöglich. Manchmal wissen wir nicht, ob wir unsere Akkus wieder voll bekommen. Die Menschen hier können vor ihrer Zukunft nicht davonlaufen. Sie sind im Jetzt gefangen, umzingelt von Problemen. Taliban, Ethnienkonflikte, Druck aus den Anrainerstaaten wie Pakistan. Das, was bei uns selbstverständlich ist, ist hier Glückssache. Kabul explodiert bald über Bevölkerung. Wo geht es hin mit diesem Land? Die Alltagsprobleme, keine Schulbildung, geringes Einkommen, kein Strom, keine Kanalisation. Doch die Menschen werden immer mehr, finden keinen Platz mehr in Kabul. Dafür hat sich die Stadtverwaltung einen neuen Stadtbezirk ausgedacht. Ein Milliardenprojekt der Japaner. Kabul New City soll entstehen. Bis zu drei Millionen Menschen sollen hier einmal leben. Hier eine neue, schöne Welt aufzubauen, wie in dieser Animation, bedeutet noch mehr Luftverschmutzung im großen Tal. Kritiker dieses Projektes bemängeln. Kabul New City zerstöre den letzten vorhandenen grünen Speckgürtel der Hauptstadt. Das Klima würde also noch schlimmer, als es ohnehin schon sei. Fertigstellung in circa 25 Jahren. Ein hoffnungsfrohes Projekt für eine erfolgreiche Zukunft Afghanistans. Wir sind skeptisch. Jetzt stehe ich mittendrin in Kabul New City. Wenn wir uns hier herumschauen, in diesem ganzen Tal hier sind die ersten Baustellen, die ersten Bäume werden angepflanzt und ich stehe auf der ersten Straße dieses neuen Stadtteils. Drei Millionen Menschen sollen hier leben, aber jeder fragt sich, woher sollen die Menschen kommen? Städtebauentwickler sagen, würde man hier eine Stadt hochziehen, würde das in Kabul Downtown und im ganzen Tal das Klima total verändern, die Luftverschmutzung würde noch größer werden. Allein der Weg von Kabul hierher in diese Einöde hat uns fast anderthalb Stunden gekostet. Wie soll man hier Elektrizität hin verlegen? Der Strom kommt aus Tatschikistan und der in unregelmäßigen Abständen immer wieder Stromausfälle. Dieses Großprojekt der Japaner und eines großen Wirtschaftskonsortiums steht noch weit in den Sternen. Wie lange dauert das noch, bis das fertig ist? Das weiß ich nicht, meint dieser junge Mann. Er arbeite schon seit über zwei Jahren an dieser Straße. Kabul New City, eine Zukunft Afghanistans? Eine von vielen Hoffnungen? Hier sollen Eigentumswohnungen entstehen, Preis circa 100.000 Dollar, Mietwohnungen, wer kann sich das leisten? Woher soll der Strom kommen? Afghanistan produziert gerade mal 20 Prozent des benötigten Stromes selber. Der Rest kommt aus Usbekistan, Turkmenistan und Iran. Wie soll das in Kabul New City funktionieren? Wir sprechen mit der obersten Energiebehörde. Das wird funktionieren, weil wir alles machen. Wir haben ein Budget, das wir aufstocken werden. Unsere Regierung hat eine ausreichende Finanzierung der Asien-Entwicklungsbank in Aussicht, um den Strom in verschiedenen Phasen nach Kabul New City zu bringen. Wir haben mit denen einen Vertrag gemacht, um Strom liefern zu können. Wie viel Geld müssen die Menschen hier pro Monat für ihren Strom bezahlen, verglichen zum Monatseinkommen? Wir haben eine soziale Lösung dafür. Die Geringverdiener zahlen wenig. Der Durchschnittsverbrauch liegt bei 400 Kilowatt pro Stunde für zwei Monate. Dafür zahlen sie ca. 20 Dollar, das heißt pro Monat 10 Dollar. Wenn sie mehr verbrauchen, dann etwas über 10 Dollar. Die anderen müssen mehr bezahlen, weil sie auch eher mehr verbrauchen. Das Durchschnittseinkommen in Kabul liegt bei ca. 80 Dollar. Fließend Wasser und funktionierende Kanäle eine Seltenheit. Vor dem Haus des Städtebauministers die Probleme des Alltages. Hinter seiner Grundstücksmauer allerdings scheint die Welt in Ordnung zu sein. Hoffnung auf eine gute Zukunft. Schließlich ist das deutsche Fernsehen da. Wir besuchen Dr. Hassan Abdullali, den federführenden Minister für das Projekt Kabul New City. Die letzte grüne Region vor Kabul wird zerstört. Wenn Sie dort eine neue Stadt aufbauen, gibt es keinen Alternativplan? Natürlich haben wir starke Umweltprobleme, wie sie es in allen Dritte-Weltländern gibt. Besonders in Afghanistan. Und ganz besonders Kabul mit seiner Überbevölkerung. Autoabgase, Heizen mit Briketts, Industrieanlagen, die zusätzlich dazu beitragen. Leider Gottes haben wir keine Alternative. Der Kabuler Kessel platzt aus allen Nähten, sodass viele ihre Häuser in den Bergen gebaut haben. Da wir die Menschen davon nicht abhalten können, haben wir diese neue Stadt beschlossen. Ein Drittel Häuser und zwei Drittel Grünflächen. Deswegen wird sie auch das grüne Dorf genannt. Wäre es eine gute Idee, das alte Kabul neu aufzubauen mit höheren Häusern, ist das nicht viel besser und viel billiger? Das wäre vielleicht eine gute Option für die Bevölkerung in Kabul und auch für die Regierung. Allerdings sind die Grundstückspreise in Kabul so hoch, dass das für die Menschen, die in Kabul leben wollen, viel zu teuer ist. Und das sind überwiegend Menschen, die vom Land kommen, Flüchtlinge und Menschen aus Anrainerstaaten. Deshalb brauchen wir Kabul New City. Wenn es nach dem Masterplan geht, sagt uns der Minister auch, benötigt man ca. 25 Jahre Kabul New City aufzubauen. Die Kosten dafür ca. 20 Milliarden US-Dollar, wie eine japanische Entwicklungsgesellschaft geschätzt hat. Politik und Gesellschaft versuchen einen Spagat zwischen Geschichte und Zukunft. Die letzten 30 Jahre Krieg, dennoch Hoffnung auf bessere Zeiten. Wie Sie sehen, ist die gegenwärtige Lage nicht gut. Es gibt Selbstmordattentate und Bomben-Explosionen. Wenn die Ausländer gehen, kann es gut oder schlecht ausgehen. Das weiß nur Gott. Ich befürchte, dass dann die Taliban wiederkommen. Wenn die internationalen Truppen bleiben, hat unser Land die Chance, sich zu entwickeln. Wenn die Sicherheitslage so schlecht bleibt, dass bei Anschlägen bis zu 40 Moslems sterben, dann kann und dann darf das nicht so weitergehen. Wir treffen die Abgeordnete Fachrunde Naderi, eine Frauenrechtlerin. Sie hat diese Bibliothek aufgebaut, in der der größte Koran der Welt liegt. Zeigen dürfen wir ihn leider nicht. Tausende Bücher, die unter den Taliban noch verboten waren. Vor den Taliban haben die Afghanen Angst, vor allem, weil die internationalen Truppen in zwei Jahren weg sind. Die Gotteskrieger wollen sich jetzt sogar für Frauenrechte einsetzen. Sind die Taliban in der afghanischen Gesellschaft willkommen? Als afghanische Frau habe ich keine Probleme damit, Taliban zurück in die Gemeinschaft zu integrieren, weil ich eine Lösung finden muss, statt ständig nur über Probleme zu reden. Am Ende des Tages will jeder Lösungen haben. Die Taliban, ich meine, die psychologisch oder ideologisch daran glauben, wofür sie kämpfen, die aber auch eine Gruppe von afghanischen Einwohnern sind, die vom Land oder der Regierung frustriert sind, Wenn sie zu uns zurückkehren wollen, haben wir kein Problem. Wenn sie zurückkommen und im Parlament sitzen, dann haben sie ihre Rechte. Wenn sie eine Gruppe integrieren wollen und sie nehmen ihnen ihre Rechte weg, dann sind sie nicht integriert. Sie wollen politische Rechte, ihre sozialen Rechte und ihre Kulturrechte und alle anderen möglichen. Damit habe ich kein Problem. Aber da ist eine Bedingung. Sie sollten unsere Rechte nicht unterlaufen. Wir wollen keine Taliban mit ihrer eigenen Gerichtsbarkeit im ganzen Land, dass niemand was dagegen sagen kann. Das wäre keine Integration, sondern eine Diktatur. Aber wenn sie Teil des Parlaments werden wollen oder Teil der Macht, dann ist das okay. Sie sind genauso Menschen wie wir. Wenn die Welt sie nicht haben will, wo sollen sie dann hin? Zum Mond? Außenministerium Kabul, direkt gegenüber des High Peace Councils. Ein Ministerium, das die Friedensgespräche mit den Taliban führt. Wir sind das erste europäische Kamerateam, das hier drehen darf. Noch wissen wir nicht, dass wir gleich einen Ex-Taliban-Kommandeur vor der Kamera haben werden. Hier wird der Reintegrationsprozess der Taliban organisiert und koordiniert. Der ehemalige Chef Rabali wurde von den Gotteskriegern getötet. Sein Sohn ist jetzt sein Nachfolger. Über der Stadt schwebt das Bullseye, ein Zeppelin der Amerikaner, das jeden Winkel Kabuls mit seinen Kameras im Visier hat. Höchste Sicherheitsstufe. 2014 sind Präsidentschaftswahlen, danach verlassen die internationalen Truppen Afghanistan. Aus Ihrer Perspektive, wie sieht der Frieden Afghanistans aus Ihrer Sicht nach 2014 aus? Wir hoffen, dass wir bis 2014 einige Resultate und Positionen mit den Taliban erreicht haben. Wir versuchen sie an den Verhandlungstisch zu bekommen. Des Weiteren wollen wir sie überzeugen, am Politikprozess in Afghanistan teilzunehmen. Auch an den Wahlen, um Resultate mit den Taliban zu erreichen. Heißt das etwa, dass die Taliban irgendwann ein Teil eines innerpolitischen Prozesses werden könnten? Ja, wir wollen mit ihnen reden, dass sie nach Afghanistan kommen sollen. Sie sollen Politik machen und den Krieg beenden. Das sind unsere Ziele. Gibt es da eine Möglichkeit, dass die Menschen in ihren Herzen fühlen, dass es einen Schritt vorangeht? Da sind Gespräche mit den Taliban, sie werden kooperieren. Da wird Hoffnung für die Bevölkerung sein, für Frieden? Sehen Sie, als die Taliban in Afghanistan verjagt worden sind, haben sich die Menschen so viel von der Weltgemeinschaft erhofft. Sie hofften auf Sicherheit und Frieden in Afghanistan. Sie haben sich eine Justiz von der Regierung gewünscht und sie hoffen, Arbeit zu finden und andere Entwicklungen. Wenn sie Frieden und Stabilität haben wollen im Land. Aber wenn sie dem Krieg begegnen, wie wollen sie dann Entwicklung bekommen? Ja, es ist richtig, in den letzten zehn Jahren haben wir Entwicklung gesehen. Aber das ist nur in den Städten. Draußen, auf dem Land, in den Distrikten, da ist keine Entwicklung zu spüren, die den Menschen hilft, Arbeit zu finden, Bildung, Wasser. Dafür brauchen wir Sicherheit in Afghanistan. Danach sehen wir weiter. Aus Ihrer Perspektive, welcher war der größte Fehler der westlichen Truppen in Afghanistan? Der größte Fehler war, dass sie die Kultur der Afghanen nicht verstanden haben. Das war der eine Fehler. Der andere war, dass sie nicht mit der Administration der afghanischen Regierung zusammengearbeitet haben. Wenn sie kämpfen, dann machen sie das immer auf eigene Faust. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich wünsche alles Gute für die Zukunft Afghanistans. Wir werden wiederkommen und gucken, was dabei passiert ist. So, wir haben jetzt gesehen, ein Entwicklungsprozess, ein Gesprächsprozess mit den Taliban ist nach wie vor am Laufen. In den westlichen Medien liest man dort viel drüber und man sagt, es ist nicht richtig, mit diesen Feinden Afghanistans zu reden. Aber hier ist eine andere Kultur. Zeit bedeutet hier eine ganz andere Rolle. Und wir haben gelernt, dass die Taliban auf dem Weg in einem politischen Prozess sind, um sich am Entwicklungsprozess in Afghanistan zu beteiligen. Und plötzlich bedankt sich der Ex-Taliban. Ich möchte mich bei der deutschen Regierung dafür bedanken, dass sie den Afghanen helfen, schon seit langer Zeit. Und wir hoffen, dass Deutschland die Menschen hier und die Regierung nicht verlassen wird nach 2014. Das alte Parlament Afghanistans und der Königspalast. Geschichte. Direkt gegenüber das neue Parlament und dazwischen ein Idol und Hoffnungsträger Afghanistans. Ein Bild, das die derzeitige Situation des Landes nicht besser beschreiben kann. Die Zukunft Afghanistans nach 2014 ist mit viel Hoffnung verbunden. Während die internationale Community seit über elf Jahren hier in diesem Land arbeitet, geht es wenig voran. Doch wenn man mit Afghanen spricht, dann kommt ein neuer Faktor in die Diskussion rein. Development. Entwicklung. Step by step. Zeit bedeutet hier in Afghanistan etwas ganz anderes. Eine andere Währung. Viele Afghanen erzählen uns, in 20, 30 Jahren wird sich das Land positiv weiterentwickeln. Wenn die internationalen Truppen weg sind, wird es eine Wirtschaftskrise geben. Aber dann wird sich das Land schütteln. Hoffnung. Hoffnung in die Idole und Menschen, die das Land nach vorne bringen. Und so einer ist jetzt neben mir, das ist Abdullah Afghani. Das ist einer der besten Fußball-Trickspieler Afghanistans in den Medien bekannt. Friede sei mit dir, Abdullah. Wie geht es Ihnen? Gut. Und Ihnen? Gut, danke. Meine erste Frage, was ist das, was Sie dort machen? Fußball, Tricks und so weiter. Ich bin Fußball-Freestyler. Du machst Tricks mit dem Ball, mit deinem ganzen Körper, mit deinen Augen, Füßen, Zehen, Kopf, mit allen Teilen deines Körpers. Das nennt man Fußball-Freestyle. Afghanistan ist ein Land der Helden in der Vergangenheit, hoffentlich auch in der Zukunft. Was bedeutet es, Held in Afghanistan zu sein? Ich bin einer dieser Helden in Afghanistan. Die Leute respektieren und lieben mich. Wo immer sie mich sehen, sagen sie Hallo. Sie können reden mit mir, weil sie jeden lieben, der etwas fürs Land tut. Held in Afghanistan bedeutet, wer etwas für sein Land tut, der ist ein Held. Was ist Ihre Hoffnung für Afghanistan? Ich will allen sagen, habt keine Angst vor 2014. Viele glauben, dass danach was Schlimmes passiert. Ich sage ihnen, macht euch keine Sorgen. Nach 2014 wird Abdullah Afghani da sein und tausende Fußball-Freestyler. Auf unseren Recherchen entdecken wir Hoffnung und Entwicklung. Neues, Fantastisches für Afghanistan-Situation. Der erste Weltsport-Fernsehsender geht bald auf Sendung Jahan Sports TV. Das ist der erste Sportsender in Afghanistan oder Weltsportsender. Wann geht das Programm los? Es geht los, so Gott will, vor diesem Monat, also jetzt einen Monat später. Welchen Sport zeigen Sie so? Jeden. Fußball, Basketball, Volleyball. Wir senden jeden Sport. Afghanen lieben Sport, oder? Ja, Afghanen lieben Sport, sehr. Afghanistan ist eine Riesenbaustelle. Wird ein Problem gelöst, entstehen zehn neue. Jeder Tag Improvisation, ein Überlebenskampf der Menschen. Der Westen wird das Land nie retten können. Das können die Afghanen nur selber. Unsere Zukunft kann man noch nicht vorhersagen. Sie liegt in Gottes Hand. Solange die Ausländer noch hier sind, wird es keine Ruhe geben. Nur wenn die raus sind und richtige Afghanen und Muslime an die Macht kommen, dann wird es blühende Landschaften geben. Auch für die afghanische Frau ist es eine positive Entwicklung. Die Frauen trauen sich, für das Präsidentenamt zu kandidieren, obwohl es eine männerdominierte Gesellschaft gibt. Gott sei Dank arbeiten heute Mann und Frau Schulter an Schulter. Daran erkennen wir, dass sich Frauenrecht in den letzten zehn Jahren sehr gut entwickelt haben. Wenn die Weltgemeinschaft ihre Unterstützung fortsetzt, ich glaube, dann erwarte ich keinen Bürgerkrieg. Natürlich bin ich für die Zukunft Afghanistans sehr optimistisch. Es wird sich vieles verbessern. Ich habe Zugriff auf zwei Milliarden Dollar, die ich für Energie ausgeben kann. Das ist eine Versicherung für die Zukunft. Meine persönliche Meinung, es wäre besser, wenn die Ausländer bleiben würden, weil wir dadurch Stabilität bekommen, Sicherheit also, damit internationale Institutionen im Land bleiben können. Wenn Frieden herrscht, werden sie bestimmt hier bleiben. Und dann haben Afghanen auch Arbeitsmöglichkeiten und eine Perspektive. Das ist essentiell für die Entwicklung unseres Landes. Deshalb ist es gut, wenn sie bleiben. Mein Name ist Mina. Hier bei uns im Zelt ist es dreckig und kalt. Wir haben kein Haus. Unter meinen Füßen ist es nass und feucht. In der Schule haben wir keine Hefte und Bücher. Und die Lehrer sind auch nicht gut. Wir haben auch keine Klassenräume, sondern Zelte. Sie sollten uns Bücher, Stifte, Hefte und Räume geben. Das erwarte ich von einer Regierung.